so freunde also neues video soll jetzt wieder online kommen beziehungsweise ich stelle euch jetzt wieder die oder ich gebe euch die möglichkeit jetzt wieder ein kommentar unten in die kommentare zu schreiben beziehungsweise eine frage wie gesagt kann ich gerne alles fragen was ihr wollt ja es gibt ewig viele fragen freunde die mir stellen könnt könnt euch einfach diesen ausblick alter ehre wir sind so weit oben weil die straße geht steiler bergab als meine youtube annahmen nein also auf jeden fall stellt mir gerne ein paar fragen ja wenn ihr bock habt ja kurs auf die nuss wir sehen uns dann heute haben wieder im live stream kurs geht raus an jeden zuschauer an jeden unterstützer vergesst nicht meinen supporter creator code einzutragen youtube alex s world ich kann es jetzt leider nicht verlinken weil das gerade spontan und direkt vom handy aufgenommen wird ja und ja genau lass gerne abo und like da ich küsse auch augenbräuern auch sie sind aufgemalt bis heute haben peace haut rein und tschüss